Hallo und herzlich Willkommen bei LukeVanTV, heute mit dem spannenden Thema Elektromobilität. Mein Name ist Christian Land und ich begleite Sie durch unsere heutige Veranstaltung. Wenn man sich mit Fahrzeugen oder ganzen Fahrzeugflotten beschäftigt, kommt man an den elektrischen Antrieben nicht mehr vorbei. Aber welche Möglichkeiten gibt es mit dem Elektroauto? Welche Vorteile oder sogar Nachteile müssen berücksichtigt werden? Welche Fördermittel gibt es und lohnt die Installation einer Ladeinfrastruktur zu Hause oder im Betrieb? Mit diesen und weiteren Fragen möchten wir uns heute beschäftigen und am Ende vielleicht sogar etwas Licht ins Dunkel der Mythen rund um die Elektromobilität bringen. Falls während unserer Veranstaltung direkt Fragen auftauchen sollten, nutzen Sie bitte die Chatfunktion links neben Ihrer aktuellen Ansicht, um uns Ihre Frage direkt ins Studio zu stellen. Wir beantworten diese dann entweder live oder im Nachgang, je nachdem wie die Zeit es erlaubt. Am Ende sammeln und bündeln wir alle Fragen und Antworten und werden diese natürlich allen Teilnehmern zur Verfügung stellen. Kommen wir aber nun zu denen, um die es hier heute geht. Unsere elektrifizierten Arbeitstiere und Alltagsbegleiter, den eSprinter, eVito und den eQV oder kurz gesagt unsere Stars. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein toller erster Eindruck von unseren E-Fahrzeugen, wo man schon mal sieht, dass die E-Fahrzeuge, der E-Antrieb, keine Auswirkungen auf Ladeflächen oder Sitzplätze hat. Diesen ersten Eindruck untermauern wir nun mit Informationen und Fakten, die man kennen und wissen muss. Ich darf unseren ersten Gast begrüßen, ein Experte, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man etwas zu elektrischen Transportern von Mercedes-Benz erfahren möchte. Ich begrüße Benjamin Walde, Produktmanager bei Mercedes-Benz und verantwortlich für den Vertrieb der E-Transporter. Herzlich willkommen Benjamin und ich darf sofort an dich übergeben. Ja, danke, danke für das Einladen. Danke, dass ich heute hier sein darf und herzlich willkommen auch an Sie von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin Walde, wie bereits erwähnt. Ich bin der Produktmanager für unsere elektrischen Transporter. Und ich zeige Ihnen heute vor allen Dingen, ja, wie Sie unsere Transporter am besten einsetzen, wo und wie Sie sie am besten laden können und wie Sie bei der Beschaffung durch Fördermittel zum Beispiel barres Geld sparen können. Und da freue ich mich auf diesen Nachmittag mit dir, Christian. Und schön, dass ich da bin. Klasse. Danke. Steigen wir gerne sofort ein. Benjamin, was kannst du uns zur Elektrostrategie von Mercedes-Benz Vans sagen? Ja, da kann ich einiges zu sagen. Und ich habe auch eine Folie mitgebracht. Strategie ist ja derzeit in aller Munde. Viele Hersteller präsentieren gerade ihre Strategie, überarbeiten die Strategie noch einmal. Und ja, wie Sie bei Mercedes-Benz sehen, haben wir uns auch Nachhaltigkeit natürlich auf die Fahnen geschrieben. Bis 2039 heißt das konkret, dass wir eine CO2-neutrale Pkw- und Vanflotte anbieten werden. Wie wollen wir das machen? Schon nächstes Jahr, 2022, wird unsere gesamte Produktion CO2-neutral sein. Hier werden wir beispielsweise grünen Strom verwenden. Bis 2030 ist dann schon jedes zweite Fahrzeug entweder rein elektrisch oder als Plug-in-Hybrid betrieben. Warum machen wir das Ganze? Klimaschutz ist derzeit eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Hier müssen wir zusammen an einem Strang ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich müsste ich hier stehen und Ihnen sagen, dass Sie doch bitte Ihre Kunden mit einem Lastenfahrrad oder die Person mit einem Lastenfahrrad befördern. Das ist jedoch für Sie und für uns keine Lösung. Und deswegen sind wir heute hier, um Ihnen zu zeigen, dass Elektromobilität jetzt schon eine funktionierende Lösung ist. Denn gerade für Sie als Unternehmer ist Nachhaltigkeit die Zukunft. Sie können ja heute schon wirklich Kunden elektrisch beliefern oder Personen befördern. Und das zeigt natürlich auch Ihren Kunden, dass Sie zukunftsorientiert denken. Lassen Sie uns also für heute gemeinsam schauen, wie Sie maximal flexibel mit unseren Elektrotransportern gegenüber Ihren Kunden bleiben. Klasse. Jetzt haben wir über die Strategie gesprochen, Benjamin. Haben die Produkte im Film gesehen? Welche weiteren Informationen hast du für unsere Zuschauer heute im Gepäck? Ja. Ich würde vor allen Dingen auf das Thema Produkte nochmal eingehen. Und gar nicht mit den Produkten, die wir vielleicht haben, sondern den Produkten, welche wir in der Vergangenheit bereits schon auf der Straße hatten. Und das zeigt ein bisschen, dass Elektromobilität natürlich für uns auch kein Neuland ist, bloß, dass die Zeit noch nicht reif war. Einerseits von der Politik, der Druck vielleicht noch nicht hoch genug, aber auch die Technologie sich jetzt so weiterentwickelt hat, dass es jetzt wirklich sinnvoll ist, schon auf Elektromobilität umzusteigen. Hier schöne Beispiele seit 1993. Einmal zum Beispiel ein Wasserstoffsprinter, den wir bereits im Testversuchen hatten. Ein Plug-in-Hybrid. Aber auch 2009 unser Evito E-Cell, der deutschlandweit bereits gefahren ist. Und diese ganze Erfahrung, die konnten wir natürlich jetzt schon nutzen und in unsere neuen Produkte integrieren und natürlich auch die Features optimieren. Und was ist daraus geworden? Hier sind, wie du es so schön gesagt hast, unsere Arbeitstiere. Also die elektrischen Transporter, die wir jetzt bereits auf den Markt gebracht haben. Da können wir auch schon wieder jetzt fast drei Jahre zurückgehen. Und zwar 2018 haben wir den Evito Kastenwagen gelauncht. Der Evito Kastenwagen, also das erste Elektrofahrzeug unserer neuen Generation. Ausgestattet mit einer 41 Kilowattstunden Batterie und damit verbunden einer Reichweite von bis zu 180 Kilometer nach NEFZ. Der Evito Kastenwagen verfügt über das AC-Laden, kann hier mit 7,4 kW AC beladen werden, zum Beispiel über Nacht. Dafür eignet es sich dann natürlich am besten, denn in unter sechs Stunden ist das Fahrzeug wieder vollgeladen und am nächsten Tag voll einsatzbereit für Ihr Business. Ja, 2019 haben wir dann den E-Sprinter, unser Flaggschiff, den Sprinter elektrifiziert. Und wie Sie sehen, gibt es hier auch die Möglichkeit der Batterieoption 55 Kilowattstunden. Also wir haben hier 41 und 55 Kilowattstunden Batterie und damit eine Reichweite von bis zu 168 Kilometern nach NEFZ. Das Tolle beim E-Sprinter, er verfügt nicht nur über das AC-Laden wie beim Evito, sondern auch schon über das DC-Laden, also das Schnellladen. Das heißt, serienmäßig sind 20 kW vorgesehen und optional können Sie sogar bis zu 80 kW schnell laden, also unter einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent. Das ist natürlich toll für eine Zwischenladung mal zwischendurch. Ja, denn 2020, letztes Jahr haben wir unsere ersten privaten elektrischen Vans auf den Markt gebracht, den Evito Tura und den EQV. Und Sie sehen es hier schon an der Batteriekapazität. Ich würde mal sagen, es sind vielleicht in dem Segment wirklich aktuell die Reichweitenmonster. Also 100 Kilowattstunden damit eine Reichweite von bis zu 418 Kilometer nach NEFZ für den EQV. Wirklich, da gehe ich gleich auch nochmal im Detail drauf ein. Wirklich ein tolles Fahrzeug, fährt sich sehr angenehm, aber das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Und um auch vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, vielleicht haben es einige von Ihnen in der Presse schon mitgenommen. Wir stoppen da natürlich nicht. Wir werden nächstes Jahr die elektrische Variante des Zitans an den Start bringen, nachdem das konventionelle Modell gelauncht wurde und im darauffolgenden Jahr auch einen neuen E-Sprinter. Seien Sie also gespannt, auch mit offenen Baumustern, der natürlich wieder neue Features mit sich bringt. Also das geht hier jetzt gerade wirklich Schlag auf Schlag mit den Entwicklungen, mit den Features unserer Fahrzeuge. All diese Fahrzeuge, das sehen Sie unten nochmal, die kommen mit einem Batteriezertifikat für acht Jahre, mit einem integrierten Wartungspaket. Hier gibt es also keine Kosten für Sie für die ersten vier Jahre. Individuellen Ladelösungen und digitalen Diensten, auf die ich später nochmal eingehen werde. Jetzt hatte ich erwähnt, ich wollte Ihnen noch eine Übersicht zum EQV zeigen. Quasi unser privates Flagship. Hier sehen Sie es nochmal sehr schön. Sie haben es auch im Video ja schon gesehen, wie das Fahrzeug gefahren werden kann, welche Features es hat. Wir sehen hier auf dem Bild ganz gut schon mal das erste optische Highlight, unseren EQ-Kühlergrill. Unverwechselbar an der Front, ganz klar zeigt das auf. Hier handelt es sich um ein Elektrofahrzeug, genau wie das Nummernschild, was Sie natürlich vorne sehen mit dem E-Kennzeichen. 100 kWh, 418 Kilometer Reichweite und mit 110 kW schnell laden, auch in unter 45 Minuten wieder aufgeladen. Von 10 auf 80 Prozent aufgeladen. Also hier ideal auch für weitere Strecken, um das Fahrzeug vielleicht auch auf einer Reise einzusetzen. Es verfügt über das MBUX, natürlich auch ein super Feature, was Ihnen glaube ich sehr gut gefällt an unseren Fahrzeugen. Und damit auch über spezielle Features beim Laden. Zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie vorne links am Stoßfänger auch nochmal die Ladeklappe. Da wird das Fahrzeug beladen und das sieht man jetzt hier nicht ganz gut. Sie können auch EQ-Felgen bestellen zu unseren Fahrzeugen, was auch nochmal auszeichnet, dass es hier um ein reines elektrisches Fahrzeug handelt. Also so viel vielleicht nochmal zu unseren Produkten in Ergänzung zu eurem tollen Clip, Christian. Klasse, super. Vielen Dank für die Übersicht. Wir hatten einen kurzen Hänger gerade bei den Folien. Das haben wir mittlerweile im Griff. Vielen Dank für die Hinweise. Da hat die Chat-Funktion schon einmal funktioniert. Benjamin, eingangs hast du vom Ökosystem gesprochen. Was darf man oder kann man sich genau darunter vorstellen? Beim Ökosystem ist es so, und auch da habe ich nochmal eine Folie mitgebracht. Wir reden hier von vier Säulen. Die erste Säule haben wir jetzt schon besprochen. Das sind unsere Produkte. Das Wesentliche, die Fahrzeuge. Darum dreht sich letztendlich auch alles. Die zweite Säule, und die ist nicht weniger wichtig, ist das Thema Ladeinfrastruktur. Also wie lade ich mein Fahrzeug auf? Wo kann ich es laden, damit es für meinen Einsatzzweck genau passend dann vollgeladen ist, wenn ich es brauche? Das dritte ist das Thema Konnektivität. Also welche digitalen Dienste kann ich noch verwenden, um mir das Laden zum Beispiel einfacher zu machen und vielleicht das Maximale an Reichweite rauszuholen? Und zu guter Letzt die vierte Säule, das sind die Angebote und Services rund um unser Ökosystem, wie eine Fördermittelberatung, die wir anbieten, aber auch flexible Testmodelle, worauf wir später nochmal eingehen werden. Klasse. Über die Produkte haben wir gesprochen, das hast du gerade schon gesagt. Wie ich dich aber kenne, möchtest du sicherlich auch auf die anderen Punkte noch etwas detaillierter eingehen. Fangen wir bei der Ladeinfrastruktur als zweiten Punkt gerne an. Ja, Ladeinfrastruktur ganz wichtig. Wie und wo wird mein Fahrzeug geladen und da haben wir hier auch einmal etwas aufgebaut. Und zwar würde ich Ihnen jetzt einmal die gängigsten Methoden zeigen. Sie sehen neben mir eine Stähle mit unserer Mercedes-Benz Wallbox. Das ist die Wallbox Home. Die eignet sich ideal für das Übernachtladen bei Ihnen zu Hause oder auf Ihrem Gewerbehoch. Hier kann bis zu 11 kW maximal geladen werden, teilweise bis zu 22 kW auch. Und wir als Hersteller beraten Sie da, aber auch mit unseren Partnern, The Mobility House oder auch natürlich mit Luke bei der Installation dieser Wallboxen. Wichtig für Sie auch noch, hier gibt es aktuell für Wallboxen eine Förderung von 900 Euro von der KfW. Wird derzeit auch tatsächlich immer wieder verlängert, dieser Förderaufruf kommt sehr gut an. Nutzen Sie den also, um hier gegebenenfalls eine fest installierte Wallbox zu montieren. Das ist das feste Modell. Was ich ganz spannend finde, und da habe ich hier auch nochmal was mitgebracht, ist eine mobile Wallbox in einem Koffer. Letztendlich das gleiche Prinzip, außer dass diese fest angeschlossen ist. Wir haben hier die Wallbox mit einem Kabel. Und das Tolle daran ist, dass hier letztendlich verschiedene Adapter integriert sind. Wir haben hier einmal zum Beispiel einen Adapter für eine Starkstromsteckdose, beispielsweise auf einer Baustelle. Und ganz passend vielleicht auch für die anstehende Sommersaison ein Campingsteckeradapter. Hier kann ich also für den jeweiligen Anwendungszweck mit meiner mobilen Wallbox mein Fahrzeug auch unterwegs laden. Ja. Und jetzt war ich schon beim Stichwort unterwegs laden. Es gibt auch die Möglichkeit natürlich, Ihr Fahrzeug an öffentlichen Ladestationen zu laden, wenn Sie unterwegs sind. Und hier unterstützen wir Sie auch mit unserem Produkt Mercedes-Me Charge. Mercedes-Me Charge, damit können Sie per Multimediasystem im Fahrzeug, per Handy oder per Mercedes-Me Charge Karte, das ist wirklich eine kleine Karte wie eine Girocard, Ihr Fahrzeug an über 80% aller Ladesäulen, öffentlichen Ladesäulen in Europa laden. Und das Tolle ist, wenn Sie Mercedes-Me Charge nutzen, das ist im ersten Jahr übrigens kostenfrei für Sie, zahlen Sie an Ionity Schnellladesäulen, da gibt es einige schnellere Parks in Deutschland, nur 29 Cent die Kilowattstunde. Also haben Sie hier für 20 Euro 200, 300 Kilometer wieder auf Ihr Fahrzeug geladen. Das ist, glaube ich, ein toller Deal und ein schöner Anwendungsfall und da unterstützen wir Sie natürlich auch beim Thema Ladeinfrastruktur. Super, vielen Dank. So viel genau zu diesem Thema. Kommen wir zum nächsten Punkt, Konnektivität. Ja. Ich hatte es ja schon kurz angedeutet, Mercedes-Me Charge zahlt natürlich auch ein bisschen auf das ganze Thema digitale Dienste ein. Beim Thema digitale Dienste haben wir für Sie zwei Angebote. Einmal für unsere privaten Baureihen Mercedes-Me. Und für unsere gewerblichen Baureihen Mercedes-Pro. Beide verfügen über ähnliche Features. Zum Beispiel das ferngesteuerte Lademanagement, das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Die Reichweitenanzeige über das Handy, aber auch beim Mercedes-Me zum Beispiel das Bezahlen per Mercedes-Me Charge über Ihr Fahrzeug. Es gibt ein Feature, das haben beide gemeinsam und das ist wirklich klasse. Das ist die Vorklimatisierung. Und die Vorklimatisierung von einem Fahrzeug ist ganz wichtig, wenn es darum geht, das Maximale an Reichweite rauszuholen im Winter und im Sommer, wenn es extrem heiß ist. In Berlin ist es gerade extrem heiß und extrem schwül. Was wäre jetzt das, was du machen würdest, wenn du nachher in dein EQV steigst, Christian, und wieder nach Hause fährst? Du setzt dich in dein Fahrzeug und drehst die Klimaanlage erstmal auf volle Pulle, damit es schön angenehm kühl wird in deinem Fahrzeug. Was passiert dann? Die Energie für die Klimaleistung, die in das Fahrerhaus kommt, kommt aus der Batterie, wird dann genutzt, in Kälte umgewandelt für den Fahrerhaus und fehlt dann natürlich für die Reichweite. Also Energie in das Fahrerhaus heißt letztendlich weniger Reichweite, wenn wir hier die Klimaanlage nutzen. Mit der Vorklimatisierung kannst du vorab per Handy einstellen, wann du abfährst. Und das Fahrzeug nutzt dann den Strom, solange es angeschlossen ist, von der Wallbox, also aus deinem Netz und kühlt schon mal die Fahrerkabine vor oder heizt sie auch auf. Also die beiden Varianten geht es ja. Und du hast die gesamte Energie in deinem Fahrzeug dann für deine Reichweite und kannst vollends durchstarten. Das Tolle ist, wir haben da noch ein Video für Sie mitgebracht, wie das Ganze aussieht. Das würde ich jetzt einmal mal abspielen. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen verständlicher für Sie. Sie sehen letztendlich hier einen kleinen Fuhrpark mit vier Fahrzeugen. Zwei Fahrzeuge sind jetzt im Einsatz. Eins wird vortemperiert, das sehen wir hier auf 21 Grad. Das andere fährt kalt los und der Fahrer, was macht er natürlich, dreht erstmal die Heizung auf und langsam erwärmt sich das Fahrzeug. Während das andere schon voll bei 21 Grad Temperatur gestartet ist. Beide Fahrzeuge fahren also ihre Route, kommen nachher am Betriebshof an. Beide haben auch eine angenehme Temperatur im Fahrzeug. Aber wir sehen es, wir haben 20 Prozent mehr Reichweite in dem vorklimatisierten Fahrzeug als bei dem Fahrzeug, welches nicht vorklimatisiert ist. Ich glaube, das veranschaulicht nochmal ganz gut, wie wichtig hier digitale Lösungen sind und wie Sie das Leben und die Reichweite auch erleichtern. Absolut, absolut Benjamin. Vielen Dank. Zu guter Letzt ein sehr wichtiges und sehr interessantes und umfangreiches Thema, die Fördermittel. Genau. Bei den Fördermitteln ist es ja so, dass viele immer von einem Fördermittel-Dschungel sprechen, also sehr undurchsichtig. Wir sind da natürlich jetzt für Sie der Guide, so müssen Sie sich das vorstellen. Es ist komplex, es gibt viele Fördermittel, aber dafür haben Sie ja uns, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Und vor allem dafür haben die Kunden euch von Luke, damit ihr Ihnen zeigt, welche Fördermittel gibt es denn in meiner Region oder für mein Segment. Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal die wesentlichen drei, die vielleicht für Sie relevant sind, mitgebracht. Der erste Fördermitteltopf, das ist der klassische Umweltbonus. Hier gibt es vom Staat 5.000 Euro und vom Hersteller 2.500 Euro für alle unsere elektrischen Transporter, das sind 7.500, damit die Transformation hin zur Elektromobilität gelingt. Weil es braucht an sich jetzt erstmal auch einen kleinen finanziellen Anreiz, um das Thema zu pushen. Teilweise gibt es dann auch in einigen Bundesländern einen Extrabonus. Und ich weiß, ihr habt auch viele Kunden oder bestimmt auch viele Kunden aus NRW eingeschalten. Es gibt in NRW beispielsweise für ein 5-Jahres-Leasing bis zu 8.600 Euro, dann würde es den Umweltbonus nicht geben. Aber schon wieder mehr Fördermittel für Ihr Geschäft und damit mehr, was letztendlich auch bei Ihnen in der Tasche bleibt. Der zweite Fördermitteltopf, das sind die Handwerker und kleinst- und mittelständischen Unternehmen. Hier haben wir aktuell ein Leasing für Sie, wenn Sie in diese Kategorie fallen. Und hier gibt es beispielsweise beim E-Sprinter bis zu 14.000 Euro Förderung on top. Wenn Sie dann noch aus der Cap-Branche kommen, also ein Kurier-Express- oder Paketdienst sind, gibt es teilweise noch auch 14.000 mit dem Umweltbonus dazu, also bis zu 20.000 Euro Fördermitteln. Also Sie sehen, je nach Kundengruppe gibt es hier verschiedene Ausführungen und da beraten wir Sie natürlich. Zu guter Letzt vielleicht noch für alle, die gerade zuhören und welche aus dem Sozial- und Gesundheitswesen zugeschaltet sind. Diese Gruppe wird derzeit sehr stark gefördert und hier gibt es wirklich bis zu 18.000 Euro für mittlere Unternehmen zuzüglich des Umweltbonus, damit auch Ihnen die Transformation gelingt und darunter fallen auch unsere elektrischen Transporter. Das ist jetzt schon alles, worauf ich eigentlich eingehen möchte. Vielleicht noch zwei Features ganz kurz. Das eine ist, es gibt ja auch noch die Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge. Auch das ist wichtig, wenn man sich den ganzen Betriebskostenablauf anschaut, der Elektrotransporter. Und die 0,5% Dienstwagenbesteuerung. Gerade beim EQV schlägt das auch voll zu Buche. Wir sehen, das kommt da sehr gut an im geschäftlichen Bereich, wenn ich das Fahrzeug da auch als Dienstwagen nutze. Also auch das zwei Vorteile, wovon unsere Elektrovans und letztendlich auch Sie als Kunde profitieren. Klasse, Benjamin, vielen Dank. Was mache ich denn, wenn ich mich nicht mit einem 36, 48 Monats Leasingvortrag festlegen möchte und einfach mal so ein Auto auch ausgiebig testen möchte? Ja, auch da haben wir uns Gedanken gemacht, Christian. Und wir sind mit einem Produkt jetzt an den Start gegangen, das nennt sich das Abo-Modell. Jeder kennt ein Zeitungs-Abo, aber das Auto-Abo etabliert sich jetzt immer mehr in Deutschland. Und auch da habe ich noch mal eine Übersicht für Sie. Sie können unsere elektrischen Transporter und zwar den E-Vito-Kasten, den E-Sprinter und den EQV im flexiblen Abo testen. Das heißt, von einer Laufzeit von maximal 24 Monaten hätten Sie hier alle Kosten inklusive bei den dargestellten Monatsraten. Das heißt, alle Servicekosten, ein zweites Set Reifen, Räder ist mit dabei, Versicherung ist mit abgedeckt. All diese Themen sind inkludiert. Das Einzige, was Sie noch zahlen müssten, wäre letztendlich der Strom, damit Sie vorankommen, damit Ihr Fahrzeug vollgetankt ist. Die Mindestlaufzeit beträgt hier vier Monate und nach diesen vier Monaten können Sie flexibel jeden Monat sagen, okay, das Fahrzeug passt hoffentlich zu meinem Business. Jetzt gehe ich ins Leasing, nutze diese Fördermittel frühzeitig, um meine Flotte umzustellen und starte weiter mit der Transformation hin zur Elektrifizierung. Vielen Dank, Benjamin Walde, für das Erste, für diesen tollen und detaillierten Einblick, den du uns da schon mal gegeben hast. Ja, liebe Interessenten, liebe Kunden, Sie haben es gehört. Es ist sehr umfangreich, gerade das Thema Fördermittel, Ladeinfrastruktur. Nutzen Sie den Kontakt zu Ihrem oder zu unserem LUG-Vertriebsteam. Wir kümmern uns im Hintergrund mit unseren Dienstleistern, mit Experten auf Ihrem Gebiet, um die Fragen, die Sie beschäftigen, um die Fragen, die beantwortet werden müssen, gerade was diese Themen angehen, die nicht direkt mit dem Autokauf zu tun haben. Das managen wir für Sie, dafür sind wir Ihr Ansprechpartner. Jetzt haben wir Benjamin Walde gerade als Experten bei uns, da wollen wir das natürlich auch nutzen und vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos zum Thema Elektromobilität aufräumen. Benjamin, wir haben uns so ein paar Fragen, die unsere Kunden uns natürlich auch immer stellen, mal mitgebracht und wollen gerne auf drei unterschiedliche Themenbereiche da mal eingehen. Das ist einmal das Thema Kosten. Ich würde gerne direkt einsteigen mit der einfachen oder einfach gestellten Frage, ist der Strom nicht zu teuer? Ja, ist der Strom nicht zu teuer, ist natürlich, wenn du mich als Privatperson fragen würdest, würde ich sagen, ja, der Strom ist natürlich zu teuer, der könnte noch wesentlich günstiger sein, damit alle davon profitieren. Aber ich glaube, die Frage zielt vor allen Dingen darauf ein, ist nicht Elektromobilität zu teuer? Und das hat natürlich verschiedene Facetten. Also ich glaube, zum einen, die Fördermittel zeigen es, hier wird gerade sehr viel investiert in die Transformation auch von der Regierung und auch wir leisten da unseren Beitrag. Das ist das eine, Kfz-Steuerbefreiung. Also wenn wir uns die gesamten Kosten angucken, muss man auch in die Zukunft schauen. CO2-Bepreisung, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, die Entwicklungen bei den Spritpreisen in den nächsten Jahren werden es zeigen, dass sich der Strompreis versus dem Spritpreis dann doch zugunsten eines Elektroautos auszahlt. Und wir hier dann auch in unseren Betriebskosten Monat für Monat, und das können wir jetzt teilweise schon, wirklich bares Geld sparen können. Super. Thema Batterie. Wie lange hält eine Antriebsbatterie, beziehungsweise wie teuer ist ein Batteriedefekt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Letztendlich sollte die Kernbotschaft hier sein, die Sie vielleicht mitnehmen, Sie sind komplett abgesichert. Unsere Batterien verfügen über ein Batteriezertifikat über acht Jahre oder beim E-Sprinter über 160.000 Kilometer. Beim Evito sind es 100.000 Kilometer. Und letztendlich sichert Sie das so ab, dass Sie sich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen müssen, wie teuer ein Batteriedefekt ist. Das ist natürlich auch unterschiedlich, was für ein Defekt die Batterie hat. Aber ich glaube, das ist die Message, die wir auch mitgeben wollen. Sie sind auf der sicheren Seite, weil wir sie mit einem Zertifikat abgedeckt haben. Super. Benjamin, Thema Umwelt. Ja. Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? Auch eine Frage, glaube ich, die viele bewegt, dadurch, dass es auch eine sehr präsente Frage in den Medien ist. Letztendlich muss man sagen, auch ein Elektroauto erzeugt natürlich Emissionen in der Herstellung. Und gerade beim Elektroauto ist es so, dass es mit einem sogenannten CO2-Rucksack startet. Wir brauchen also mehr Energie, um ein Elektroauto herzustellen, als ein konventionelles Modell. Über den Lifecycle jedoch zeigt sich es jetzt einfach aufgrund von grüner Herstellung, von immer weniger benötigten Ressourcen und vor allen Dingen der lokalen Emissionsfreiheit. Also wir brauchen ja kein Sprit mehr, sondern hoffentlich laden wir mit regenerativem Strom, dass im Lifecycle ein Elektroauto, beispielsweise der Mittelklasse, sich schon nach 30.000 Kilometern so rechnet, dass es dann eine positive Klimabilanz hat im Vergleich zum konventionellen Modell. Und das ist die Entwicklung, wo es hingeht. Das wird natürlich auch noch besser in der Zukunft, hoffentlich, mit dem Ausbau der regenerativen Energien und zeigt, dass wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind, auch mit der Elektromobilität als eine Lösung. Super. Was machen wir mit alten Antriebsbatterien aus den Fahrzeugen? Mit alten Antriebsbatterien, da haben wir zwei Lösungen, die ich vielleicht jetzt mal hier vorstelle. Die eine Lösung ist, dass wir eine Batterie recyceln. Auch das zählt natürlich wieder in die Klimabilanz ein. Wir können jetzt schon über 90 Prozent der Batterien und in Zukunft bis zu 95 Prozent der Batterien, die in unseren Transportern verbaut sind, recyceln. Da werden seltene Erden zurückgewonnen, wieder aufgearbeitet und kommen wieder in unseren Produktionskreislauf. Da reden wir von der Kreislaufwirtschaft auch. Und das ist ein ganz normal wichtiger Faktor, die Ressourcen nicht einfach wieder zu verschwenden, sondern wieder in diesen Kreislauf reinzufügen. Das ist vielleicht die eine Antwort, die ich dazu habe. Und es gibt aber noch einen Schritt davor. Und das ist das Thema, dass wir ältere Batterien, die vielleicht nur noch eine Speicherkapazität von 60 Prozent haben, als Pufferspeicher nutzen. Es gibt jetzt schon Lagerhallen, wo alte Batterien verbaut sind. Und in diesen Batterien werden Spitzlasten, werden zum Beispiel, wenn über Nacht Strom produziert wird, da haben wir keine Anwender aktuell für, teilweise exportieren wir ihn, könnten wir den Strom da zwischenladen. Und wenn dann morgens alle wieder aufstehen, die Industrie hochfährt, können wir diesen Strom nutzen, um ihn in unsere Netze zurückzuspeisen. Also hier zwei sehr, sehr spannende Anwendungsfälle, die Energie zu nutzen. Super. Eine letzte Frage zum Thema Umwelt, Benjamin. Gibt es genügend Lithium und Kobalt, die Hauptbestandteile aktuell in Batterien? Also da bin ich jetzt auch kein Experte. Ich glaube, was für Sie auch nur wichtig ist, wieder zum einen das Thema Recycling. Ja, es braucht jetzt Rohstoffe, die brauchen wir aber auch für Handys, für Laptops etc. Die Digitalisierung, Industrialisierung fordert das natürlich. Und ich glaube, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Also all die Ressourcen, die wir jetzt in der Herstellung brauchen, auch wieder zu verwerten. Und der zweite Ausblick, den ich gerne wiedergeben würde, ist das Thema Technologiewandel und Technologie. Die Batterie, wie sie jetzt steht, ist schon eine ganz andere als wie vor zehn Jahren. Mit viel, viel weniger Rohstoffen, die da benötigt werden. Und in zehn Jahren wird es wieder ganz anders aussehen. Die ersten Batterie-Generationen hatten noch acht Prozent Kobalt und die aktuellen zwei bis drei Prozent. Und in Zukunft gibt es auch schon Player, Batteriehersteller wie Panasonic oder LG, die auf null Prozent Kobalt gehen. Und das hilft uns natürlich auch dann in dem Ausbau der Elektromobilität weltweit. Super. Thema Stromnetze. Abschließend, woher soll der viele Strom, den wir benötigen, für die E-Autos kommen? Und brechen da nicht unter Umständen sogar die Netze zusammen? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Auch da bin ich natürlich kein Experte. Da braucht es vor allen Dingen die Städte und die Politik und die Energieversorger, die da jetzt sich an die erste Reihe stellen und loslegen. Ja, woher soll der ganze Strom kommen? Natürlich hoffentlich von Windkrafträdern, Wasserkraftwerken und Sonnenenergie, also regenerativer Strom. Und ja, dass bei den Netzen was getan werden muss, ist auch ganz klar. Also der Hochlauf wird ja nicht gleich morgen stattfinden. Nicht morgen wird jeder ein Elektroauto fahren, sondern vielleicht 20, 39, wenn wir bloß noch Elektroautos anbieten. Und in der Zeit müssen natürlich auch Netze ausgebaut werden. Ein gutes Beispiel ist hier das Thema auch Wallbox. Wenn Sie sich eine installieren wollen zu Hause, das müssen Sie anmelden. Denn der Netzbetreiber muss schauen, okay, wie sind denn die Bedarfe in dieser Ecke, in meiner Region, um dann gegebenenfalls auch die Netze da weiter auszubauen und neue Leitungen zu verlegen. Also das geht hier Hand in Hand. Da ist die Politik wirklich gefordert. Da müssen wir alle an einem Strang ziehen, wie gesagt. Und ich glaube, so wie die Entwicklung voranschreitet, haben wir noch Zeit, das auch nachzuholen und wirklich diesen Hochlauf parallel vorzuschreiten. Und dann wird uns das auch gelegen. Klasse. Vielen Dank, Benjamin Walde, für diese Informationen bis hierhin. Du bleibst uns noch einen Moment erhalten. Ich bleib noch. Was heißt es denn nun, im echten Leben mit einem E-Auto, in dem Fall mit einem EQV unterwegs zu sein? Dafür darf ich meinen nächsten Gast begrüßen, mit dem ich genau das bespreche. Ich begrüße Thorsten Potlech von der Mobexo Fuhrparkmanagement GmbH in Essen. Hallo Thorsten, ich hoffe, du kannst uns hören. Ja, hi Christian. Dankeschön, ich höre dich gut. Schön, klasse. Ja, Thorsten, du bist mit einem EQV unterwegs. Ich würde gerne einfach sofort einsteigen und mit der ersten Frage starten, nämlich seit wann genau fährst du diesen EQV nun schon? Den EQV haben wir im März diesen Jahres beim Team in Bochum bei Luke übernommen. Klasse. Wie viele Kilometer bist du seitdem mit dem Auto gefahren? Also obwohl wir den ersten März übernommen haben, hat er jetzt etwas mehr als 9000 Kilometer auf der Ruhe. Also auch ordentlich unterwegs. Da haben wir schon mal den richtigen Ansprechpartner ausgewählt. Gibt es für dich Hürden im Alltag, wo man sagt oder wo du sagst, ja, das ist eine Hürde, ist nicht vergleichbar mit einem Dieselfahrzeug oder das macht es einem ein bisschen schwerer? Wie seid ihr da unterwegs oder was ist da deine Erfahrung? Ja, also ich finde die größte Hürde ist im Prinzip, also die einzige ist so die Planung der Route. Also wenn du gerade viele lange Strecken fährst, überlegst du dir halt vorher oder während du fährst, überlegst du dir, okay, wo werde ich denn laden? Also gerade wenn man längere Strecken mit dem Auto fährt, dann gucken wir vorher in der App, wo wollen wir eine Pause machen, wann werden wir was essen vielleicht in der Zwischenzeit. Und das ist, finde ich, der große Unterschied zum Diesel, wo man einfach sagt, jetzt fahre ich mal eben rechts raus und dann tanke ich mal eben und düse weiter. Und jetzt sagt man halt, okay, ich verbinde es mit einer Pause. Also das, finde ich, ist das große. Und man muss eben mal gucken, wo lädt es sich denn am besten. Wie ist aus deiner Erfahrung die Ladeinfrastruktur, das öffentliche Netz aktuell ausgebaut? Also ich finde es wesentlich besser als gedacht. Also man kann im Prinzip überall gut laden. Ihr habt ja eben diese mobile Wallbox gezeigt oder diesen Juicer. Also eine lange Tour war zum Beispiel in die Schweiz. Da habe ich erst an einer Autobahn, an einer Schnellladerpause gemacht, wo ich dann halt mit 100 kW laden konnte. Also in 45 Minuten war es voll. Ich hatte zwei Kinder im Auto, einer fünf, einer drei. Wir haben das mit einer Essenspause verbunden. Und dann habe ich später im Hotel geladen. Die sagten dann, ja, na klar haben wir Ladesäulen. Und dann fährst du in die Tiefgarage und stellst fest, ja, da sind Steckdosen an den Ladeplätzen. Und da hatte ich dann halt den Juicer dabei, habe den angeschlossen. Ich war früh im Hotel, musste auch relativ erst spät raus morgens. Und das Auto war dann eben über die normale Schuko-Steckdose wieder geladen. Und was man eben auch, finde ich, machen muss, ist, man gewöhnt sich dran, auch mal halb voll zu starten. Also man muss das Auto nicht mehr voll tanken. Wie jetzt beim, dass das Auto immer, oder der Akku immer voll sein muss, ist gar nicht notwendig. Du gewöhnst dich dran, auch mal mit einem halben Akku oder mit einem Viertel Akku zu fahren. Und in meinem Fall ist es halt so, dass ich in der Firma Ladeinfrastruktur habe. Das heißt also, ich bin dann jetzt gerade durch Corona viel im Homeoffice gewesen. Und dann weißt du halt, okay, Freitag oder Montag ist dann Office-Tag. Dann fährst du in die Firma, wenn eine Ladesäule frei ist in dem Moment, vielleicht auch erst ein bisschen später, weil noch ein Kollege an der Ladesäule dran ist. Und dann kann ich, also für meinen Fall, wunderbar viel mal laden. Und ich glaube, dass das auch das Hauptargument für uns mit dem Auto ist, dass du einfach in der Firma am meisten lädst. Und auch gute Erfahrungen an der Aral mit so einem Hypercharger. Das Auto stand dann auf so einem schönen, gut ausgeleuchteten Aralplatz. Und dann ging es später zu McDonalds mit den Kindern. Also wir haben länger gebraucht, das Essen zu essen mit den zwei Kindern, als das Auto geladen hat. Also das ist wirklich, man glaubt gar nicht, wie schnell diese 40 Minuten rumgehen. Das ist also wirklich, es ist, also wenn man es fährt und ausprobiert, stellt man fest, dass es wesentlich besser ist, als die Gerüchte so vielleicht umhergehen. Also als Fazit, wenn ich das mal so für dich zusammenfassen darf, durchaus auch heute schon eine Alternative. Ja, also wir fahren den jetzt, wir bleiben im EQV. Wir haben dieses Testpaket gestartet. Es ist einfach, dieses Auto ist einfach mega überzeugend, auch wenn du da zwei Kinder und zwei Fahrräder hinten reinlädst und das Auto bis oben, wenn du das Dach volllädst und die Klimaanlage da auf Vollgas läuft, auch hinten für die Kinder. Es ist unschlagbar. Und auch die Jungs sagen, Papa, wann fahren wir wieder Elektro und wie fahren wir Elektro? Also es ist einfach, es ist alternativlos für mich inzwischen. Klasse, Thorsten. Dann danke für deine Eindrücke, für deinen Einblick, den du uns da gewährt hast. Und Grüße nach Essen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Wir dürfen uns freuen auf das, was da noch auf uns zukommt zum Thema Elektromobilität. Sind damit aber auch schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen, für Ihr Interesse. Ich sage vielen Dank, Benjamin Walde, für deine Unterstützung. Bitteschön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen alles Gute, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.